Servus, da sind wir wieder. Die Fahrt noch wach ist. Ich habe Winde verweht. Wahnsinn, der Wind geht hier. Hammer, wir sitzen auf der Terrasse von der Rekord. Hängt jetzt hier auf mich aus zum Lachen. Lach dich doch nicht aus. Ich finde es nur lustig, dass wir immer auf irgendwelchen Terrasse sitzen. Ich glaube, du hast mir jetzt schon bei der Petra so ausgelacht. Ja, genau. Nein, aber wirklich. Das war das Handy. Mensch. Mensch. Ich bin schon tot. Mausi, die sind so professionell. Weil sonst können wir da gar nicht rauchen. Ich bin schon tot. Hör auf! Ja, Wahnsinn. Schau mal, wie es hier Winde ist. Also, na, die ist ähm... Ja, Wahnsinn. Wir saugen mal. Ja, aber wenn ich mich nicht so ziehe. Aufrädern und nachfragen können wir keine machen. Ja, dann müssen wir es anders machen. Okay, warte. So vielleicht? Geht das jetzt halt besser? Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, also ich meine, die Angie hat ja heute schon echt eine gute Idee gehabt, ne? Wir müssten so einen Selfie-Stick kaufen. Aber, ähm... Ja, was soll man jetzt machen? Hat jemand denn eine gute Idee? Der kann ja was kommentieren. Ja, bitte. Also... Ähm, ja, meine Haare. Ich habe die ja mal wieder zusammengebunden. Aber, wenn ihr es genau anschaut... Doch, das Wind da eben... Ja, warten Sie jetzt gerne. Ach Gott. Aber vielleicht seid ihr ja auch in einer anderen Region und... Dass mein Hals schnarrt, wenn sie richtig lacht. Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber es ist ein Haken-Dos. Ja, aber es ist ja nur das Tief-Karren, gell? Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Nein, also wirklich, also... Ja, aber es ist ja nur das Tief-Karren, gell? Ja, Wahnsinn. Nein, also wirklich, also... Vielleicht habt ihr gedacht, dass ihr einen wieder in Jochen sich aufzufahren habt. Ich glaube, das reicht, also schon mal 23 Sekunden. Nein, nein. Wir sind heute drei, das geht nur ein paar Sekunden. Und zwar... Ja, ich meine, in jedem Stadtteil wenigstens ist das wieder echt anders. Ist so. Also, wenn wir jetzt mal hier schon der Kursnahme benutzen, dann kann ich jetzt die Sonnenschein fahren, oder? Ja. Nein, weil ich habe ja noch keine Möglichkeit gehabt, mal Wurstmusi auszuprobieren. Also, nein. Ja, aber in diesem Sinne... Also, es gibt ja ein paar so politische Menschen, die sagen, es gibt keinen Klimawandel. Aber ich sage, der Klimawandel ist definitiv da. Wir hätten dann gerne mal so eine Konstantin, ne? Wann wird es mal wieder ein bisschen Sommer? Ist es so richtig Sommer? Ist es so richtig Sommer? Ist es ohne... Nein, ist es ohne Sonne, ohne, oder? Also... Ja. Was passt? Ja, eigentlich müssen wir uns jetzt vielleicht nicht engagieren. Aber in die Politik passiert nicht rein. Und du auch nicht. Ja, wie hättest man denn da? Schon zehnmal nicht. Dann hätten wir noch einen alten Mann, der so ein Tier bei mir im Haus liegt. Aber der passt... Ja, der passt schon... Ja, der passt in die Politik rein. Aber mit dem haben wir so... Ja, ich glaube, das ist schon ganz schlecht. Also, Politik nicht. Aber, ähm, hier wird es immer windiger. Ich hab... Schau dir aus, als hätte ich so ein Fukuhila-Schwanzteil, gell? Hier so... So, was man in die 80er tragen hat. Ne? Ähm, ja. Aber in diesem Sinne... Ja. Jetzt geht es gerade momentan. Wahrscheinlich geht es gleich wieder los mit dem Wind. Nein, wir haben keinen Klimawandel. Und in diesem Sinne sage ich euch schon mal, meine lieben Freaks, einen wundervollen Abend. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wochenende! Pfannowakkel! Pfannowakkel! Wir rocken! Wir rocken! Tschau! Servus!